Hier präsentieren wir die 5 beste Action-Kamera-Test. Lass uns anfangen. Liste zu starten Nummer 5. Die Action-Cam von Roller überzeugte durch eine gute Variantenauswahl, einen guten Lieferumfang und ein insgesamt gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit dem enthaltenen wasserdichten Gehäuse ist sie bis zu einer Tiefe von bis zu 40 Metern wasserdicht und kann daher gut zum Tauchen verwendet werden. Die Kamera nimmt mit bis zu 4K Videoauflösung auf und kann in einer Auflösung von 1.080p mit 60 Bildern pro Sekunde auch Zeitlupenaufnahmen machen. Bei dem Objektiv handelt es sich um ein gutes 170-Weitwinkel-Objektiv und der Lithium-Ionen-Akku soll bei deaktivierter LAN-Funktion bis zu 90 Minuten halten, was ein insgesamt guter Wert wäre. Nummer 4. Bei dem Modell von Cam-Hack handelt es sich um eine günstige Action-Cam mit 4K-Auflösung und 170-Weitwinkel-Objektiv. Fotos können sie mit 16 Megapixeln aufnehmen, die Bild- und Videoqualität kann aber nicht ganz mit der von deutlich teureren Modellen mithalten, was daran liegt, dass die Kamera lichtschwächer ist und über einen schwächeren Sensor verfügt. Dennoch können sich insbesondere bei Tageslicht die Aufnahmen durchaus sehen lassen und im Lieferumfang ist ein wasserdichtes Gehäuse enthalten, sodass die Kamera auch für Wassersport, beim Skifahren oder Tauchen problemlos verwendet werden kann. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Die Hero 5 von GoPro überzeugte im Test durch die sehr kompakte Bauweise, die gute Bildqualität sowie das 2 Zoll große klare Touchscreen zur Bedienung. Auch ohne separates Gehäuse ist die Kamera komplett wasserdicht. Wenn Sie ein kompaktes und wasserdichtes Modell suchen, das Sie nicht erst in ein separates Gehäuse packen müssen, lohnt es sich daher alleine aus diesem Grund, die GoPro zu kaufen. Für den Einsatz beim Tauchen sollte Sie aber auf jeden Fall in ein separates Gehäuse gepackt werden, da sie nur bis zu 10 Meter wasserdicht ist. Der integrierte Software-Bildstabilisator arbeitet auch bei actionreichen Aufnahmen sehr gut und dank der 4K-Video-Funktion und der Möglichkeit, Bilder mit 12 Megapixeln zu schießen, entgeht Ihnen kein Detail mehr. Nummer 2. Falls Sie eine sehr günstige Action-Cam kaufen möchten, bietet das Modell von Wigzing ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bei dennoch guter Ausstattung im Low-Budget-Bereich. Das Modell arbeitet mit einer Auflösung von 1080p, bietet LAN mit einer Reichweite von etwa 20 Metern, wodurch Bilder und Videos direkt auf Smartphone und Demit übertragen werden können. Allerdings werden die Videos in das Programm-Finale-Cam übertragen, was das Herausbekommen der Videos aus dieser insbesondere auf iOS-Systemen sehr kompliziert macht, falls Sie sie später auf einen Laptop oder Fernseher übertragen möchten. Und die Nummer 1 unserer Liste. Das 8,3 x 2,9 x 4,7 cm große und rund 100 Gramm schwere Modell von Sony konnte sich aufgrund seiner hervorragenden Ausstattungsmerkmale als Testsieger durchsetzen. Allerdings gibt es trotz der hervorragenden technischen Ausstattung auch ein paar Nachteile, mit denen Sie leben müssen. Falls Sie aber Wert auf eine ernstklassige Bildqualität und eine gute Ausstattung legen, dann kommen Sie um das teure Modell von Sony kaum herum. Preislich liegt es zwar im oberen Bereich und ist damit für Einsteiger weniger gut geeignet, allerdings ist das Preis-Leistungs-Verhältnis unterm Strich dennoch gut, denn kaum ein anderes Modell konnte mit einer solch guten Qualität und Haltbarkeit glänzen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen, abonnieren unseren YouTube-Kanal.